Ich möchte dir sagen, wie wir es falsch teilen. Falsch teilen sagt, oh, es ist altes Testament, ich will es nicht hören. Das ist falsch teilen und glaub mir, es gibt viele Leute, die das denken. Wirf das alte Testament raus, das ist falsch teilen. Hier ist recht teilen. Verstehe, dass Gott bestimmte Änderungen im Neuen Testament vorgenommen hat. Und das, wenn etwas im Alten Testament nicht spezifisch geändert und wörtlich geändert und aufgehoben wurde, es heute noch in Kraft ist. Alles klar? Wenn Gott es nicht aufgehoben hat, ist es immer noch da. Wenn Gott sagt ausdrücklich, hey, wir machen das nicht mehr, dann machen wir es weiter. Was sind nun die spezifischen Dinge, die im Neuen Testament aufgehoben wurden? Er erwähnt in Hebräer eine Liste Speise, Getränke, verschiedene Waschungen, fleischliche Verordnungen, die ihnen bis zur Zeit auferlegt sind, da eine bessere Ordnung aufgeführt wird, bis Jesus kommt. Er sagt also, dass es bestimmte Dinge gab, die ihnen nur bis zum Kommen Christi auferlegt wurden. Die Speise, die Getränke, verschiedene Waschungen und die fleischliche Verordnungen, die Rituale und so weiter. Auch in Kolosser 2 hat er eine ähnliche Liste, in der er über diese Dinge spricht und er schließt die Sabbattage, die Feiertage und die Neumondfeste ein. Also feiern wir diese Feiertage und diese Feste und diese Neumondfeste nicht, weil sie nur symbolisch waren und sie waren Dinge, die für diese Zeit spezifisch waren. Gott hat die Ernährungsgesetze des Alten Testaments ausdrücklich aufgehoben. Er erzählte es uns ausdrücklich in vielen Stellen des Neuen Testaments. Hier könntest du zwei Verse haben, die zu widersprechen scheinen. Es gibt diese Verse, die sagen, du sollst kein Schaltier essen, kein Schwein essen. Und dann gibt es diese neutestamentliche Verse, die besagt, dass jedes Geschöpf Gottes gut ist und nichts abgelehnt werden sollte, wenn es empfangen wird mit Danksagung. Es gibt viele solche Verse. In 1. Mose 9 sagt die Bibel, dass alles, was lebt und atmet, Fleisch für dich sein soll. Es gibt also Verse, die besagen, dass wir alles essen können und es gibt Verse, die uns sagen, dass wir bestimmte Fleischorten nicht essen sollen. Nur ein Teil ist Recht. Das ist eine spezifische Sache, die im Neuen Testament aufgehoben wurde. Da ist ein Unterschied. Wenn es also nicht aufgehoben wurde, ist es in Kraft. Als Gott sagte, eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen, denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. Sag mir, ist das Verbot des Crossdressing im Neuen Testament aufgehoben? Hat Jesus gesagt, nun im Neuen Testament ist Crossdressing jetzt erlaubt? Nein, aber wenn du versuchst, den Leuten diese Verse zu zeigen, was sagen sie dann? Oh, das ist Altes Testament. Was wirst du als nächstes sagen, dass wir keine Schaltier essen können? Was wirst du als nächstes sagen, dass wir kein Tuch tragen können, das aus einer vierfältigen Mischung aus Wolle und Leinen besteht? Guck mal, wir sprechen nicht über fleischliche Verordnungen, wir reden nicht über Speise und Getränke, wir sprechen nicht über Feiertage, Sabbate und Neumondfeste, wir sprechen über ein Prinzip, das in der gesamten Bibel vorkommt, dass ein Mann wie ein Mann und eine Frau wie eine Frau aussehen sollte. Und dies wird im Neuen Testament gelehrt, wo er besagt, dass ein Mann kurze Haare und eine Frau lange Haare haben sollte. In 1. Korinther 11. Das Verbot, deine Schwester zu heiraten, ist übrigens auch noch in Kraft. Aber wenn es im Alten Testament ist, möchte ich es nicht hören. So, wenn es nicht aufgehoben ist, es ist immer noch vorhanden. Lass mich dir ein Beispiel geben. Du hast vielleicht noch nie davon gehört, aber es gibt eine Lehre, glaube es oder nicht? Es gibt eine Lehre, die besagt, dass es für uns falsch ist, Musikinstrumente in der Gemeinde zu benutzen. Wer hat davon gehört? Kann jemand bitte mir sagen, welche Christen die sind? Sorry, Dani? Ich denke, es heißt die Kirche Gottes, oder? Weiß ich nicht, ich bin mir nicht sicher. Ormisch und die Mennoniten, oder? Die Ormisch und die Mennoniten oder vielleicht die Kirche Gottes oder weiß ich nicht genau. Sie lehren, dass es falsch ist, Musikinstrumente in der Gemeinde zu benutzen. Hier ist ihr Argument. Sie sagen, du wirst niemals ein Beispiel davor im Neuen Testament finden. Niemals im Neuen Testament sagt Gott, dass wir Musikinstrumente benutzen sollen. Deshalb werden wir es nicht benutzen. Deswegen ist es nicht in Kraft. Aber hier ist die Sache. Gibt es Beispiele im Alten Testament, wo Gott uns befiehlt, Musikinstrumente zu benutzen? Aber das ist das Alte Testament. Das ist falsch, teilen. Wurde es aufgehoben? Nun werde ich dir beweisen, dass die Ormisch und die Mennoniten in dieser Lehre falsch liegen. Die Bibel sagt in Epheser 5, Redet zueinander mit Salmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Schau keine Musikinstrumente ab. Aber Moment mal. Moment mal. Sagt uns das, dass wir Salmen singen sollen? Es heißt, Redet zueinander mit was? Drei Arten von Musik, richtig? Salmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Gehe zu Psalm 150. Also befiehlt Gott uns hier. Übrigens, es ist eine neue testamentliche Schriftstelle. Epheser 5, 19. Übrigens wird es einer Gemeinde beigebracht. Die Gemeinde in Ephesus. Was sagt er ihnen zu singen? Psalmen. Singe Psalmen. Okay? Psalm 150 zum Beispiel. Hat er gesagt, singe bestimmte Psalmen? Nein, singe Psalmen. Das Buch des Psalmen. Psalm 150, Vers 1. Halleluja. Übrigens ist es ein Befehl. Preis den Herrn. Lob Gott in seinem Heiligtum. Lob ihn in der Ausdehnung seiner Macht. Lob ihn wegen seiner mächtigen Taten. Lob ihn wegen seiner großen Herrlichkeit. Lob ihn mit Hörnerschall. Lob ihn mit Hafer und Laute. Lob ihn mit Tambourin und Reigen. Lob ihn mit Seitenspiel und Flöte. Lob ihn mit hellen Zimbeln. Lob ihn mit wohlklingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Preis den Herrn. So, warum singen wir dieses Lied nicht? Aber lasst uns A Cappella singen. Weil es für uns sündig wäre, tatsächlich eine Trompete zu benutzen. Wenn wir ein Lied singen, das uns erzählt, eine Trompete benutzen. Gott möchte, dass wir das im Neuen Testament singen. Versteht jemand die Logik hier? In der neutestamentlichen Gemeinde in Ephesus sollen wir ein Lied über Trompeten, Saitenspiel und Zimbeln singen. Aber tu es nicht, bitte. Bitte nein. Das ist eine Sünde. Schau, das lädt für Gebote die Lehren der Menschen. Die Bibel sagt nirgendwo, benutze keine Musikinstrumente. Es gibt eine Lehre in Psalm 150 und an vielen anderen Orten, die uns sagt, wir sollen ihn auf Musikinstrumenten preisen. Und die Bibel sagt, dass wir diese singen sollen. Das Lust ist, wenn ich Menschen etwas aus dem Buch des Psalms zeige und sie sagen, das ist altes Testament. Wir sollen es in beiden Testamenten singen.